Musik Ja und Hallöchen meine lieben Freunde und Hallöchen meine liebe Bobstick Community, hier ist wieder euer lieber Holy mit einer wieder mal verspäteten Wochenübersicht. Ja, Hauptsache die Wochenübersicht ist da, würde ich sagen. Ja, was ich gerade sagen wollte ist, diese Woche die wichtigen Themen erstmal. Das Wichtige ist Livestream. Diese Woche schaut es folgendermaßen aus mit Livestream. Community Stream, habe ich ja gesagt, weiß ich noch nicht, ja. Jetzt ist die Bestätigung, diese Woche Community Stream, ja. Samstag, Samstag ist Community Stream und zwar das ist der 8. März 2014 natürlich. Diese Woche startet um 20 Uhr. Da ich ja diese Woche wieder arbeite, muss ich am Samstag auch arbeiten. Ich arbeite diese Woche durch, außer Montag hatte ich frei, ja. Aber jetzt muss ich von Dienstag bis Samstag durcharbeiten, euer armer Holy Bob. Dankeschön. Und ich bin doof. Ja, Samstag deshalb 20 Uhr und nicht um 18 Uhr. Wir streamen bis Open End. Also ich weiß nicht wie lange, mal schauen. Und gezockt, was werden wir denn schönes zocken? Wir zocken wieder mal nach langem. Wird es wieder Mario 64 Speedrun geben. Ich habe schon lange nicht mehr gezockt und geübt. Wir werden uns ein bisschen einüben da und dann einen Run starten. Mal schauen, vielleicht brechen wir unseren Rekord. Kann ja sein, muss aber nicht. Aber es wäre schön, wenn wir ihn brechen könnten. Unter einer Stunde zu kommen, das wäre mein Traum. Das wäre mein Ziel. Das wäre richtig cool, wenn wir es schaffen würden, oder? Das wäre richtig geil, Leute. Oder was sagt ihr? Ja, das wäre mir definitiv, das nehme ich mir vor. Vielleicht übe ich ein bisschen diese Woche. Mal schauen, wie ich dazukomme. Dann spielen wir noch definitiv, Leute. Old World Apes Exodus wird weitergehen. Ich habe Bock, da weiterzuzocken für euch. Und ich denke, das hat auch vielen gefallen, das Spiel. Deshalb werden wir das definitiv weiterspielen. Wir sind schon bei der zweiten CD angelangt. Also ich muss sagen, damals, als ich Old World Apes Exodus gespielt habe, das kam mir damals so richtig lang vor. Und jetzt bin ich schon bei der zweiten CD durch einem Stream. Also bin richtig schnell unterwegs. Das habe ich mir nie gedacht. Auf jeden Fall, die zweite CD geht weiter. Vielleicht spielen wir Apes sogar durch. Je nachdem, wie es euch gefällt, werden wir vielleicht Apes durchziehen und durchspielen. Aber jetzt wird es mit der Zeit schwerer, also ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Aber mal schauen. Mal schauen, wie es euch Spaß macht. Ich werde das zweiter zocken für euch. Dann kommt noch Mega Man X vielleicht. Das ist noch ein bisschen fraglich, ob wir da spielen werden. Dann mit der Community spiele ich wieder DayZ. Flav wird dabei sein. Flypo wird dabei sein. Vielleicht spielt der Drachenherz wieder mit. Aber vielleicht kommt er uns ins TS rein. Oder einer von euch. Antares spielt ja auch vielleicht mit dem TS dann mit uns. DayZ, Antares, vielleicht Blacky, falls er sich auch holt. Vielleicht machen wir einen riesen DayZ-Community-Stream. Ja, das werden wir definitiv auch zocken. Falls ihr DayZ habt, könnt ihr mitspielen. Jeder kann mitspielen. Auch wenn alle 50 Leute spielen, okay? Auch wenn nicht so viel passt, nicht auf den Server. Auf jeden Fall. Wenn alle mit vor euch spielen, dann zock ich noch mit allen mit. Und alle können ins TS. Laut Flypo alles kein Problem. Laut Flypo könnt ihr alle auf den TS kommen, die mitzocken. Kein Problem. Also würde mich freuen, wenn da einige dabei sind. Und ja, richtig sowieso. Ich habe richtig vergessen. Richtig spielt natürlich auch mit. Der wird auch mitmachen natürlich. Dann werden wir noch spielen. Zu später Zeit natürlich Outlast PS4-Stream. Wir werden die weiterspielen. Wir sind so circa am Ende angelangt. Weil ich habe mit Flave geredet heute in der Firma. Und er hat gesagt, ich bin schon bei über 70%. Weil er hat das Spiel schon angeschaut, wie das läuft. Also über 70% sind wir schon. Und wir sollten das normalerweise am Samstag dann durchspielen können. Dann, wenn es sich noch ausgeht. Je nachdem, wie es ist. Ich glaube, Outlast, das Horrorspiel reicht erstmal. Vielleicht spielen wir noch ein bisschen Amnesia weiter. Mal schauen. Das kann ich euch nicht versprechen. Der Krugert-Gemein wäre aber auch wieder mal nicht schlecht. Das werden wir spontan im Stream entscheiden. Und was wir sonst noch so spielen. Schauen wir mal. Super Castlevania geht vielleicht auch weiter. Es ist alles offen. Aber die Spiele, die ich jetzt erwähnt habe, die sind erstmal fix dabei. Und ja, was sonst noch alles kommt, werde ich dann spontan entscheiden. Natürlich, was wichtig ist noch im Stream. Wir werden viel wieder miteinander labern. Das ist natürlich eh klar. Viel miteinander reden, diskutieren. Ja, einfach unseren Spaß haben und uns gut gehen lassen. Wie jeden Samstag beim Committed-Stream. Ja, das war's vom Stream dieser Woche. Ich freue mich schon tierisch auf euch. 20 Uhr Start nicht vergessen. Bis Open End am 8.03.2014. Diese Woche. Seid dabei. Freue ich mich auf jeden von euch. Let's Play ist diese Woche. Dadurch, dass ich jetzt die Woche ganze Zeit durcharbeiten muss, kann ich euch nichts versprechen, was Let's Plays angeht. Vielleicht bringe ich einen Donkey Kong Country Part oder einen Bomberman Hero Part. Mal schauen. Also, diese Woche erwartet nicht so viel Let's Plays. Ja, es kann sein, dass ich vielleicht nur ein Video bringen kann. Oder es kann auch sein, dass ich gar keins bringen kann. Ich sag's, wie es ist. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bis Samstag beim Committed-Stream. Ich bin sowieso jetzt, Leute, eher auf Streams aus. Ich bin jetzt eher Livestreamer als wie eher YouTuber. Also, ich bin jetzt mit YouTube eher ein bisschen, komme ich wieder so nach hinten. Deshalb wird in der nächste Zeit eher von den Videos her, von YouTube eher weniger kommen. Vlogs kommen natürlich, damit ihr informiert seid. Facebook wird weiter gepostet. Let's Plays werden eher in den Hintergrund gestellt. Ich bin jetzt eher fürs Streamen. Hoffe, das findet ihr okay. Hoffe, das ist nicht so schlimm für euch, dass ich jetzt eher Livestreamer werde als wie Let's Plays. Streams wird es demnächst jetzt mehr geben. Sei es PS4-Stream, sei es so ein Stream mit der Community Games. Egal was. Ich werde mehr streamen. Wann die Streams kommen werden, werden in den Wochenübersichten bekannt gegeben. Natürlich, die Uhrzeiten werden bekannt gegeben. Ich werde schauen, dass ich dann die Streams so bringen werde, dass sie nicht, so wie ich letztens gemacht habe, so um 14 Uhr bis 16 Uhr und so weiter, weil da sind die meisten, arbeiten und sind in der Schule unter der Woche. Ich werde schauen, dass ich die Streams ja am Abend bringen werde, 20 Uhr, kann man sagen, 20 Uhr, 21 Uhr, bis so 2 Stunden Streams zum Beispiel, wenn ich arbeite. Oder wenn ich frei habe am Nachmittag, so 18 Uhr. Da kann man sich alles ausmachen, da ist alles offen. Da werde ich Streams machen. Ich werde meinen fixen Plan einteilen und in der Wochenübersicht natürlich angeben. Also ich hoffe, dass diese News passen euch. Ich hoffe, es passt euch. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich jetzt mehr streamen werde. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Wirklich. Also schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, falls ihr euch dieses Vlog angeschaut habt, ganz, was ich auch hoffe. Okay, Leute. Das war es auch schon mit eurem lieben Holy, mit diesem Vlog und der Wochenübersicht, der verspäteten Wochenübersicht. Und ja, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich würde mich freuen auf Kommentare und ich freue mich natürlich auf euch am Samstag, wenn ihr dabei seid. Also dann, meine lieben Freunde, euer lieber Holy Popsi und ist euch over and out und geht jetzt was essen, weil ich habe Hunger, bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und ich habe Hunger und ja, ich gehe was essen. Und dann was zocken und kuscheln mit meiner schüßen Schirra. Also dann, Leute. Bis später. Euer lieber Holy Over and out und Tschaui. Wut? Magengepressen. Holy und der Stopp-Knopf. Das ist, das ist, das bleibt für immer ewig in mir drin. Das wird sich leider nie ändern. Das wird immer eine Verzögerung geben. Und jetzt Stopp. Tschaui.